Ich sehe eben keiner. Ja, Kobold ist ja gut. Kobold ist ja gut. Was? Was denn jetzt? Du sollst ein Pferdzeugen. Habe ich nicht gerade Pferdzeug gebaut? So, kein Eisen mehr. Irgendwo auch noch Eisen, ne? Ich bin hier, nicht gleich. Geh ja. Geh ja weiter, kein Weg zu dem entsprechenden motive. Äh. Geh ja weiter, kein Weg zu sein. Du bist das Beispiel für dich. Das ist dieitates Company, nicht derart. Geh ja weiter, ja. Geh ja weiter, ja. Geh ja weiter. Geh ja weiter. Ja, aber Eisen sieht anders aus. Wenn ich zum Kobaltschrank gehe. Zum Kobaltschrank. Ich bin hier schon wieder dran vorbeigelaufen. Ja, so schnell geht das. So, Kobalt. So. 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 Hey, kommt zurück. Dann lassen wir das hier erstmal. So. 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 Dann mache ich das eine Eisen auch hier rein. Ich wollte doch noch eine Treppe bauen. Treppe von Kobalt und Eisen oder was? Kobalt und Eisen. Ja, hier vorne gehört noch eine Treppe rein. Dann kommt hier nur ein Eisen. Treppe, die Treppe ist... In der Ecke. Wo ist das? Hier soll ich hin. Vor dem Gang. Vor dem Gang zum... Was ist das? Botanikum? Oder wie das heißt. Ist das die Ecke hier? Ich probiere das. Verpreisen können sie wieder, ne? Ja klar, wie immer. Na ja, also geht das. Gut. Doch, das geht. Da bin ich zufrieden mit. Also werden wir jetzt erstmal... Werden wir jetzt erstmal hier die Treppe runterklettern müssen, ne? Essen. 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 So, Wasser. Chaos. Halt. Eure, das ist mir zu nervig. Immer wiederes meldet durch zu kaufen. Ich kann nicht mehr Wasser sammeln. Ja. Oder nicht. So, stelle ich mich hier hin. Und da muss sie ja noch hinpassen. Wieso stehst du denn so schräg? Ja. Ja, egal. Ich hab zusammen das Wasser. Aber so läuft das aus, ne? Ne, das geht nicht. So, dann kommst du hier hin. Da komm ich wenigstens vernünftig ran. Da komm ich hin. Dich nehm ich mit weiter hinter. Systematisch. Da kommst du hier hin. Da kommst du hier hin. Da kommst du hier hin. Dann kommst du mal. Unsere Basis. Ja, wenn da noch Fenster drin sind, ne? Aber wenigstens jetzt eine Höhe. Ja, Eisen und Vorwalt, ne? Reichlich. Oh, kein. Oh, kein Eisen. Das glänzt doch schön. Oh, kein Eisen. Oh, kein Eisen. Dankeschön. Was? Damit hab ich es. Schon wieder. Da hab ich überhaupt nichts dran gedacht. Schon wieder. Was ist das für ein rotes Steinchen? So, da werden wir schon mal am Wasser rumrennen. Da werden wir doch auch mal nach allen gucken. Das. 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 Blubblub Blubblub nur noch mehr Eisen was braucht man denn für den Elgenbastler das Seewasser Dingsbumster Algengenerator da haben wir ja das zeug haben wir alles da können wir ruhig da bauen wir noch ein einbauen ein bisschen bequemer wie sieht es denn hier aus ich nehme euch alles alle mit in eure schränke iridium ja gut die werde ich hier lassen das ist ja auch mal ein eisen hier ist alles drin außer magnesium so bin ich nur ein wasser trinken kann ich keine zwei plätze haben ja gleich wo war denn schon wieder der alten schrank hier an der seite der alten schrank so alten schrank zwei super zwei super duper dinger ein dinger 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 drin glaube ich auch nicht so ein dinger an dinger jetzt werde ich wieder vergessen lassen ach die dinge wo habe ich die da sind die auch nicht oder sind hier keine samen das sind ja hier sind die glaube ich drin hier haben wir glaube ich welche damit zwei dinge hoch da war man schrecken ok titan Eisen mache ich erstmal auch hier rein, weil ich will ja dann erstmal in der Höhle sammeln. Silizium. Da habe ich doch noch alles Zeug für das Ding, oder? Ja, also hier runter, hier runter und die Nächste raus. Ja, ist aber schön verbaut. So, ich will mal schön da rum. Wir gucken zur Höhle.